Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey. Heute, äh, letztes Mal sind wir erstiegengegeben an dieser Insel hier, auf dieser Insel. Und die würde ich jetzt ganz gerne ein bisschen erkunden. Weil hier auch eine Quest ist. Wie der der Vergessenen ist. Wie kann man da runterspringen? Ich will es... Noch will ich es nicht ausprobieren. Lass mal zur Quest hin. Wurde mal die Lage checken. Da unten sind noch Touren. Gut. Wir holen es dann gleich. Hilfe! Bitte! Geht nicht! Ich flehe euch an! Och, die Götter schicken dich. Was ist passiert? Wo ist der Rest der Mannschaft? Piraten! Sie haben die meisten getötet und meinen Bruder entführt. Bitte, rette ihn! Zeig mir die Drachmen. Ich helfe dir. Ich werde bei der Suche helfen, Seemann. Ich bin kein Seemann. Ich bin Zimmermann. So wie mein Bruder. Unser Vater lehrte es uns. Das ist sehr interessant. Wir brauchen einen Zimmermann. Ich habe als Zimmermann auf Schiffen Rumpflöcher so groß wie Poseidons Faust repariert. Ich bitte dich, rette meinen Bruder. Dann komme ich mit auf dein Schiff. Einverstanden. Wo finden wir diese Piraten? Es gibt eine Insel westlich von Boeotien und südlich des Helikon. Offenbar kommen sie von dort. Weißt du sonst noch etwas? Nein, alles ging so schnell. Wegen des Krieges gibt es im Moment mehr Piraten als Flöhe auf einem Schwein. Aber ihr Lager kann nicht weit sein. Wir finden die Piraten und retten deinen Bruder. Da hinten. Okay. Da hinten war aber auch ein Schiffszimmermann. Ich denke mal, dass er dann ein Attribut hat. So etwas wie... Dass man weniger Schaden kriegt. Oder... Dass er einem das Schiff dann während des Kampfes... Sieht das so, als würde er einbrechen, würde kommen. Oh Gott. Kann man es versuchen? Und jetzt ist er auch da. Einmal in den Schatz geplündert. Und... Da müssen wir heiler sein. Obstkild entfernen. Oh, die sieht richtig aus. Passbare Edelstein Obsidian Glanz. Ja, der Vogel ist hier nicht verfügbar. Aber irgendwo ist doch hier noch eine Spur. War eigentlich nach draußen, ne? Wird da eigentlich die bessere Frage sein. Hm. Hier durch. Das... ...ist nicht von dieser Welt. Das hört sich ziemlich groß an. Was ist denn das? Hm. Hat sich auf jeden Fall ziemlich groß an. Hm. Was ist denn das hier? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Aber ich habe noch was das Zeichen hier bedeutet. Jetzt mach mal kurz da rein. Da oben ist jetzt irgendwo. Ich bringe die nur eben mit. Kann ja nicht schaden auf dem Weg. Kannst du sonst überall hochklettern? Dann klettert er auch hier hoch. Wir müssen irgendwie da oben hin. Ach komm, da kannst du doch reingreifen. Hm. Dann wo er mich. Ja. Hm. 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 wenn das so schwer hinkommen sollte doch irgendwas gutes sein ich weiß heute ist nicht wie ich da hinkommen wird wahrscheinlich viel zu viel war nicht rein nicht schiffen ich mal ja da kommt gut Das war der Birch wieder. Was wir denn jetzt machen im Winter? Wir haben einen speer, der macht Quests. Hier kriegt man seine Reiserichtung. Machen wir erst die mit dem Zimmermann. Wahrscheinlich, ne? Er ist Zimmermann. Piraten haben seinen Bruder erfüllt. Wenn wir den retten, würde er uns helfen. Dann jagen wir ein paar Piraten. Die Athener haben den Zugang zur Luft blockiert. Die müssen erst in Reichweite sein. Bringt euch in Angriffsposition! Der Feind wird zwei kaputt, tief! Er könnte... Ents offene Gewässer. Na los! Legt euch ins Zeug! So, das war Schiff Nummer eins. Nehmen wir Reisegeschwindigkeit? Ruder bereit machen! Vorwärts! Mach die Ruder bereit! Grenzen! Die Was? Jetzt ist was Zinkern... Kapitel! Wir sollen Poseidon danken! Wir sind hart am Wind! Raffen blank! Wir sind Karpanzi! Moment! Oh! Nein! Ich hab meinen eigenen... Von meiner eigenen Crew... Hab ich ihn umgetreten! Ey, tut mir leid! Das war nicht mit Absicht! Hahaha! Da war der Kick so mächtig! Hahaha! Einschliffen müssen wir noch? Oder? Inventar mal kurz... Hm... Ja... Sind ja Level 8 geworden! Also wir können ja... Die ganzen Sachen hier an... Ist gut! So... Äh... Genau, ich wollte nachgucken... Wegen der Quest... Ah... Ein Schiff müssen wir noch... So... Vorwärts! Ruderer, los! Ruder, ausheben! Da! Männer! An eurer Ruder! Wegel runter! Du, du... Wegel hoch! Schützen! Haltet euch Schussbereit! Oh, das war aber ganz... Erwappnet euch! Versuchen doch mal! Sie sind... Halt euch! Ich denke, wir sind außen gepasst! Wenn ihr dich einweist... Entern! Angriff! Ja... Das ist mit Frieden! Warte mal, Jungs, lass mich doch kurz raus. Was hat der denn dabei gehabt? Reiterklinge und Olivenholz. Oh, der hat das auch noch aufgenommen. Spanischer Hüftring und Olivenholz. Ja, Holz brauchen wir, weil wir das Schiff vermissen können. Oh, Kopf... Achtung, Kopfgeldjäger machen Jagd auf dich. Um das Kopfgeldlos zu bleiben, kannst du Stifter bezahlen oder töten. Kopfgeldjäger, da hatten wir doch auch mal Söldner hier, oder? Rang 9. Ne, ich bin Rang 9. Der ist unentdeckt, der ist auch unentdeckt. Irgendwer macht Jagd auf uns. Ja. Solange er nicht ist, Vitalos... ...dortet das ganze Ding da. Rang 9. Ne, ich bin voll der Segel! Ah, Inventar... Wenn die Waffen nachher auch... Ach... Wenn die Waffen nachher auch auseinandernehmen, haben wir die Materialien da schon wieder. Anker auswerfen. Anker auswerfen. Was ist das? Ah, hier sind wir... Ah, hier sind auch noch... ...zeitlich begrenzte Aufträge. Moment. Ähm... Kopfgeld für Handelsschiffe. Fünf Tage. Okay. Fünf Tage. Und auch fünf Tage. Aber deshalb müssen wir nur mit 13 sein. So, ob wir die auch ab... ...äh... ...annehmen können. Also, annehmen, klar. Aber ob wir die dann auch bestehen können? Moment, 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 Moment. Ach, er stimmt ja. Piratenlager. Moment. Ja. Habe ich fast vergessen, ey. Moment, X war da. Jungs, wenn ihr singt, dann merkt ihr doch, dass hier noch wer ist. Und ein Vogel, ne? Oder ein Adler besser gesagt. Okay. Okay. Hier kam das her. Komm her. Komm her. Sehr schön. Gut zu wissen. Den konnten wir nicht. Hm. Ich hab doch was gehört. nicht mehr heimlich. Ja. Ja. Stierangriff. Nein. Sehr schön. Oh, man kann auch die Pfeile blocken. so eine Riebe auf. Ja. 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 Ich hab mir weg. hab ich vergiftet keine pfeile mehr du schalt freundlich zu sein Lassen wir dich leben. So. Können wir jetzt trotzdem noch Truhen looten? Natürlich nicht. Wir warten jetzt abgeschlossen. Okay, gut. Müssen wir ihn dahin tragen? Echt das? Wie kräft es das ab? Bitteschön. Du wirst es überstehen. Soll ich deinem Bruder etwas mitteilen? Sag meinem Narren von Bruder, dass ich... Nein! Hm. Wollen wir mal gucken, wie wir sind, wo das verkraftet. Warte, das Zimmermann könnten wir aber gut gebrauchen. Ah, er ist über mitgekommen. Hast du meinen Bruder gefunden? Wo ist er? Er hat überlebt. Er hat es nicht ge... Oh. Er hat nicht überlebt. Tut mir leid. Nein, nein, nein. Verfluchte Götter. Auf diesem Schiff gab es nur Piraten. Keine Götter. Ich bat ihn mit mir zu kommen. Er hasste die See. Ein Speer in der Hand macht mir den Schmerz erträglich. Wir geben dir einen Hammer, wenn du zu deinem Wort stehst. Natürlich. Mir ist hier nichts mehr geblieben. Tekton. Du hast zwei maximale Schiffsveranzeigen. Das ist doch sehr gut. Können wir jetzt hier von irgendwas verbessern. Wir brauchen 1000 Drachmen. Wer hat denn so viel? Nämlich nicht. Auf jeden Fall. So, wir können... Das haben wir... 49 was. Okay. Haben wir das einmal. Und die Spur bringt auch mehr. Die Sandalen. Immer einen neuen Bogen. Und wir können hier... Oh, lagern und abholen. Moment mal. Bringt mir das denn jetzt, wenn wir nicht das lagern. Können wir die doch besser eben... Mh... So, die haben die gleiche Stufe. Zerlegen. Gut. Okay, das können wir nicht zerlegen. Das können wir dann einlagern. Ich habe jetzt zwar ein bisschen Holz gefressen, aber... Hier können wir auch nicht einlagern. Wir können hier alles auseinander nehmen. Die Schuhe können wir nicht. Das vielleicht können wir auch nicht zerlegen. Also, das könnte man schon, aber... Sollte man nicht... Das einlagern. Sollte ich sagen. Das war's mit dieser Folge. Und in der nächsten Folge geht's dann... Hier hin. Eine Reise Richtung Krieg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.